und dann herzlich willkommen zurück zu hyrule warriors letztes mal haben wir uns schon mal ein paar neue kämpfer angeschaut wie gesagt es ist die letzte aufnahme und jetzt starten wir hier mit pyroma in die schlacht ah ja okay jetzt ein bisschen lame also lahm hätte die isolierten verbündeten einheit wo wenn wir das spielte sich lahm oder es leckt es spielt sich glaube ich echt nahm jetzt aber alles andere geht er so schnell hoch einmal pulverisiert oder was das ist natürlich cool so das ist so schlamm hier was ist denn los mehr select einfach da wurde noch eine verhinten ankommen das ist ja mal eben ein nehmen weil ich weiß wie hier wo ich kriege schaden das ist dann mehr beruf aber ich denke ich auch noch ein level ab dass man das ganze wieder weg geht ja ja kommen wir auch nur grün so jetzt bin ich dahin und sehr schön und hat die unterstützung gibt die moral von linken das ist vor n n n n da ich keine ahnung ob die wii u selbst nicht packt oder ob die mission hier einfach so ja ja eben hier ja so mit sonst dass eine waffe da können wir was holen achte kommen da ist ein transport soll da auch hilfe was war das denn das ist ja dann geschleppt hier wird man real silber erhält aber ist auch so voll hier und gerade lahmt das ist so unglaublich lief letztens im fernsehen da ist der erste teil von gut der zweite geht der dritte das ist eine fee so losrufen wir holen mal eben die fee ich glaube hier haben sie echt nicht so gut dran gearbeitet an der mission wer ist besiegt da kommt für uns wo könnte sie denn sein so ein stein ja danke ok jetzt können wir uns mal wiederum das wichtige die nächsten tausend die nächsten tausend haben wird zwar die zweite skutula erscheint aber bin ich auf dem klo schneller als der im kämpfen so kommen alle in den pool kann ich bitte mal jetzt so genau so einer und so die magie muss ja ausprobieren das machen wir jetzt mal da wo wir hin sollen falls richtung so krass nehmen wir mal eben gehen hier mit so und das alles ja ja kennen wir schicksel da wie auch immer schön doch schöner durch hast du ihn selbst gekauft ja er ist von natur aus scheißen lahm aber das geht immer hm Ja komm Ja komm So Haut er nicht so wirklich rein Dann tut's das halt schon eher Na komm Na komm Na komm So Nö Wir haben gesiegt Gegen sich selbst Das macht keinen Sinn Da vorne sind noch Sachen So Material noch mitgenommen Man weiß ja nie wenn man es mal gebrauchen kann Ö I Iiii Das ist eklig Rang B Toll Stab Ring Fluchfessel Kaderne Kunai Kunai Nicht durch Unterschied Und ein Bildfragment Wurscht Wurscht ist das Soll würde ich sagen wir machen jetzt noch weiter mit link aber und zwar In Kapuzen 1 Oh Mann Machen wir mal weiter Sie wird Beschränkt auf mittler mittler das ist Verheerende treffer hat man schon Besetzt auf lana Besetzt auf lana Besetzt auf selda Besetzt auf impa Besetzt auf link Würde ich gerne noch Kann man nicht hoffen Das kann ich hier noch machen Rette die verbündeten einheiten das Mal So ich würde gerne ein anderes kostüm Händler Händler Und zwar Kann man das Damit runter Einhändler Das würde ich doch gerne 280 schaden wie wird das maß 300 Da probiere ich das so gerne aus 8 mit power So So eine magische schuhe auf sind Alle fallen in einer umgebung eine zeitlang bewegungsunfähig Ich habe so ein ding noch nie irgendwo gesiegen sehen Noch nie nicht in einer mission Da ist Da müssen wir hin Ah ist das cool Aha Nice So Erstmal Erober eine der festungen und bricht durch Im kopf Geil das holzschwert das rockt Sehr schön Sehr schön Wir haben die feste Moment 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 Ah In Gipto in Ah In 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 so gibt du gesiegt voll weggefeuert da noch mal eine der festungen naja da wollte ich mal ein paar mehr gegner was soll das schick mal dran aha so nun dort lang die bock ins rücken vor nein tut ihm nicht so so und weg damit weg mit dir sehr gut der kommandante und die weh gefällt mir die fehler finden ist cool die festung eingenommen da war ja ja wir finden es wohl so frei nun den heiler ja feuerfehl 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 so und äh hui mei mei das dort wir führen offen und wir können weiter da oben ist der kommandant jawohl so und das na dann gehen wir noch nach da unten da soll sich nämlich irgendwas tummeln ja einmal auf einmal achso ach wir müssen denen ja helfen hui hui sorry so das war wohl gut und ja mal schau volker macht sich auf dem weg oh nö das sind die wenn man jetzt gerade hier offen ist da kommt da kommt doch ganz groß haben wir dann eben hier kloppen ja da kommt doch mal die kommen jetzt wieder klar und wir gehen nach oben volker mein kumpel komm her ich habe gerade auch keine lustige nebensachen alle zu machen wir kriegen zwei beiden skitula noch freigeschaltet bürower der olle ring da ist der olle ring da ist oder sich gerade in der nähe die war einmal hin doch irgendwo hier im höhlensystem war ja ich habe schon so eine ahnung oder hoch kommen wir nicht hoch also müssen wir einmal von dort aus da rum und dann da oben lang okay aber es halt so weil die ratz und preisgünstig darum liegt nämlich die jetzt mit hat 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 achso so jawohl dann wieder hier und zurück ans eingebrachte da lang war ja schon fast tot so ach da bin ich wieder das das ist das ist also acht bitt der jetzt so süß aus gut haben sie schön eingebaut aber das können wir schon deswegen krieg ich es mal weg ja es geht schlag angriff probe prassistenz gibt ein zanto jungen können wir sagen im nächsten part jedes anweiter bis dahin schön